Herzlich willkommen bei Stefan Entdeckt die Welt, herzlich willkommen in Nordthailand. Heute geht es um das Thema Preise. Was kostet was? Im ersten Teil des Videos seht ihr hauptsächlich Obst und Gemüse auf dem Markt und auch so ein paar Hygiene- und Alltagsartikel. Im zweiten Teil des Videos habe ich auch noch ein bisschen Elektronik geknipst in einem internationalen Shoppingcenter. Auf geht's! Im zweiten Teil des Videos Im zweiten Teil des Videos Im zweiten Teil des Videos Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018